Jessica und Johannes Haller sagen noch einmal Ja. Bereits im vergangenen Jahr feiert das Paar eine glamouröse Winterhochzeit. Vor wenigen Wochen verraten sie dann, dass sie sich zum zweiten Mal die ewige Treue schwören wollen. Nun ist es endlich soweit. Jessie und Johannes heiraten erneut, dieses Mal allerdings in Dubai. Auf ihren Instagram-Accounts gewähren die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Liebster auch erste Eindrücke in die Zeremonie. Mitten in der Wüste ist eine kleine Oase inklusive Lagerfeuer und Lounge-Ecke für die Influencer hergerichtet. Während die 32-Jährige an ihrem zweiten großen Tag in einem glitzernden, bodenlangen Kleid begeistert, trägt Johannes einen cremefarbenen Anzug und dazu weiße Turnschuhe. Augenscheinlich überkommen die Eheleute während ihrer Hochzeit erneut ihre Emotionen, denn Jessie teilt ein süßes Video, in dem sie Tränen in den Augen hat. Für die Eltern einer Tochter ist diese Trauung auch nicht die letzte. Jessie und Johannes wollen nämlich jedes Jahr ihr Liebesgelübde erneuern.